Als Kauffrau im großen Außenhandel durchläuft man die Bereiche Einkauf, Vertrieb und Produktmanagement. Ich konnte sogar Erfahrungen im Marketing sammeln. Und mir war sofort klar, da will ich hin. Am Anfang war das natürlich aufregend. Das Marketing bekommt einen Auftrag und dann liegt es an mir, das Projekt zu managen. Ich stimme mich mit den Gestaltern ab, wir gehen verschiedene Ansätze durch, beschäftigen uns mit Konzepten, Designs, den Zielgruppen und jedem Detail des Projekts. Dann gilt es, alles im Blick zu haben und im Griff, alle Informationen einzusammeln und abzustimmen. Termine, Preise, Produktions- und Lieferzeiten. Dann, am Ende, kommt das fertige Produkt und der nächste Auftrag beginnt. Heute ist das mein Beruf. Ich wurde übernommen, bin jetzt Marketingmanagerin und mache jeden Tag das, was ich liebe. Und da bin ich nicht allein hier bei Bechtle.